So Freunde, da sind wir auch wieder zurück in Valentine mit Red Dead Redemption 2, mit mir dem Lufo. Ich guck gerade mal, was hier drüben so abgeht, bei dem anderen Saloon. Das ist Geschichte. Angete Geschichte. Wo ist dein Freund da? Ha! Put das in dein Buch, Plato. Das ist Jim Boy Calloway. THE Jim Boy Calloway. Wer? Der Gunslinger. Fastest lefthanded Drawer, der sich in der Luft geöffnet hat. Er hat einmal 14 Menschen in einem Kampf in Luzi Hollow. Was hast du für? Wie heißt das? Ich denke, jetzt, du siehst du selbst. Ich will nicht ihn, ich will ihn. Er ist ein Gott. Ich versuche seine Biografie zu schreiben. Wie geht's das? Ich denke, ich mag das Duell. Entweder ich ihn zu töten, und ich kann ihn sein, der der Besten Gunslinger zu sein, oder er würde mich zu töten, und ich kann mich frei sein, von ihm zu sprechen. Du verstehst du etwas sehr wichtiges Mal. Was ist das? Die Gehe der Gunslinge. Es ist ein Win-Win, Freiheit oder Glück. Das ist großartig. Ich werde das schreiben, wenn ich das bitte. Was ist dein Name? Ich habe keinen Namen. Aber du bist ein Gunslinger? Nicht wirklich. Ich meine, Leute, die brauchen zu töten, versuchen ich zu töten. All das andere Sachen, das ist... ...wäh... ...Bunk. Aber du hast Duellen gespielt. Ich habe hier in der Stadt sogar schon mal. Ich habe hier in der Stadt sogar schon mal. ...Billy Midnight. Black Bell. Ich habe nie gehört von ihm. Ich habe ihn nicht gehört. Vielleicht kannst du mit ihnen sprechen. Ask ihm über Calloway. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört, dass ich gerade gesagt habe, aber... Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Äh... ...Pfff... ...Alles klar. Pferdchen. So. er braucht dann jetzt die hilfe das ist ein bettler darauf habe ich jetzt gar keinen bock wir rauben den gemisch waren laden aus und dann begeben wir uns meinen richtung roads oder sowas mal gucken was es in der richtung noch alles gibt ich meine ich muss ja irgendwas machen in der zwischenzeit i aim to robb you schauen so so her damit dankeschön 30 dollar schon ja bis dann ok und wir reiten in richtung wir rechnen in richtung roads und dann irgendwo hier unten oder hier oder so sollte ja auch noch st denis sein ne deswegen würde ich sagen wir setzen einfach mal hier einen marker hin und ich verpisse mich gut ok maske weg und wir sollten im grünen bereich sein gut mal wieder ein bisschen geld machen weil ich ja jetzt geld verloren habe weil ich kann noch mal habe ich die schlange noch hier dran hängen ja ich könnte auch noch mal im camp vorbeigucken ob da noch was geht komm wir gucken gerade noch mal im lager vorbei vielleicht kann ich ja noch irgendein vieh mitnehmen auf dem weg nein äh die schrot ich kann kuh nicht wirklich drücken hier ist das die schrot ja ok so dann haben wir vielleicht ein bisschen so bisschen zeug fürs lager bisschen essen und so ja gut dann wollen wir mal gucken vorräte sehen noch gut aus ok krass wir haben acht dollar in der lagerkasse ich spende mal den hier wasser schlange alles beitrag leisten habe ich noch irgendwas wofür ich geld abgeben muss ne 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 ok es gibt hier einfach keine quest ne ok es ist schon ein bisschen schade so kann ich hier gucken bei den zetteln und so das ist ja nicht so nett naja dann wollen wir mal nein ich weiß jetzt halt echt nicht was ich noch machen soll außer hier halt durchs land reiten und versuchen ein bisschen geld zu machen ich höre ich denke dass in der stadt vielleicht noch so ein paar kleine mini aufträge oder sowas in die richtung gibt aber das werden wir sehen aber das werden wir sehen keine ahnung an Ups. Entschuldigung. Nee. Ich raub hier so ein paar auf dem Weg aus, vielleicht, dass ich, kann ich dem nicht sein Zeug klauen? So, oh Gott, nicht so geil. Weg! Zeuge, fuck me, Junge. Zeugen können wir hier nicht lassen, da kommen auch noch drei jetzt. Sind das Lawmen? Fuck, Alter, ich brauche irgendwas, um mein Ding wieder aufzufrischen, hier. Boah. Unglaublich, ey. Ich wollte die eigentlich nicht umbringen, aber was will man machen? Platin-Taschenuhr. Die haben auch eine Flinte dabei gehabt. Da. Alter, der ist dumm gelaufen irgendwie, ne? Mal was machen, der hier ist schon despawned. Okay. Ich finde, das geht manchmal ein bisschen sehr schnell mit dem despawnen. Ich gehe nochmal gucken, ob der echt despawned ist, aber wenn hier irgendwo eine Waffe liegt, dann ist der echt schon despawned hier. Hier ist nichts mehr. Das ist halt echt ein bisschen merkwürdig, dass das so schnell weg ist. Okay. Hey, Bro. Just get out of my way. Bleed it. Langsam, 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 langsam. Ich will nur gucken, was er hier drin hat. Nein, ich will gucken, was er in der Kiste hat. So. Äpfel, Alter. Vielleicht muss man echt eine wertvollere Kutsche hier durchsuchen. Celery. Ja, Lufo, der Plünderer scheint hier nicht sich sehr zu lohnen für mich, ne? Äh. Na, was will man machen? Ich muss halt echt aufpassen, dass jetzt hier nicht noch mehr Typen rankommen. Ich will langsam mal hier weitererfahren. Oder laufen, besser gesagt. So. Silberring mit Emblem. Okay. Okay. Ich glaube, da haben wir alles einigermaßen gut erledigt hier. Mein Deadeye ist übelst am Arsch. Vielleicht habe ich irgendwas, um mein Deadeye wieder aufzufrischen hier. Nicht wirklich, ne? Ne. Ich habe aber vielleicht noch was in der Tash. Äh. Deadeye. Hier. Schlangenöl. Es läuft ja alles weniger als gut hier. Vielleicht sollte ich mal zum Trapper gehen und die ganzen legendären Tiere und so noch jagen gehen. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh. Alles gut. Gutes Tier. Okay. Ich komme hier runter einigermaßen. Ja. Okay. Und dann gehen wir mal hier entlang in Richtung... Ah, hier sind wir auch mit dem Zug lang gefahren. Warum sind hier so viele Raben? Ist hier wieder ein Toter? Nee. Okay. Ja. Trampled, boy. ich habe ja nicht besser nicht mal was sie gemacht haben soll ich muss mich auch mal wieder ausruhen glaube ich mein deadeye ist komplett tot einfach meine energy auch ich muss was essen und mich ausruhen wundheit stufe drei haben wir dann hier immer ruhig bleiben und ich wollte eigentlich häuten reißen wir mal ein bisschen hier das fell runter so eine sekunde und da würde ich sagen glaube ich mir noch mal ein stück fleisch rein ach so kann ich gerade nicht sekunde legen das mal hier drauf gut und dann glaube ich mir ein stück fleisch rein wieso kann ich das nicht hier hinten ist der heller ich gehe mal kurz erst beim heller vorbei hier gerade so dann fährt auch mal die werte wieder auffüllen hier so mr heller was geht's hier taschenuhren ist das ein weltmeisterbild ne das behalte ich lieber glaube ich was kannst du dann herstellen nochmal amulette ok da muss ich auch noch mal gucken ich glaube wir müssen dafür die ganzen seltenen tiere erst jagen dynamit was hat er dann alles waffen vorräte utensilien masken dokumente broschüre für giftpfeile zielsuchende tomahawks krasser shit ok dann gucken wir gerade noch mal was da unten so geht und dann machen wir uns auf den weg in richtung sankt denis oder sankt denis keine ahnung so mal gucken was hier ist sieht aus wie ein nicht so nettes lager ja 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 Es fühlt sich so, dass wir nicht in der Lage sind. Es ist der Ende des Jahrhundert. Es fühlt sich so, dass wir nicht weitermachen als wir in 65 waren. Ja, vielleicht. Vielleicht nicht. Wir können trotzdem leben für... Wir können trotzdem sagen, wir können nicht wissen, dass wir uns nicht aufwachen. Hey, Mann. Es wäre nur ein Mann, die die Wahrheit leben. Wer ist da? Schau mal. Das hier ist der Le Moran Rader. Ich werde nicht leben, um zu sagen, was das. Sehr schön. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was die so alles dabei haben, die guten Jungs. Hauttabak. Vielleicht können wir uns dann auch kurz zur Ruhe legen. Wenn die dann schon mal hier uns schönen Lager bereitgestellt haben. So. So. Noch irgendwas hier? Hier ist... Doch, hier sind Sachen. Okay. Ich kann diesen Gegenstand nicht tragen. Okay, kann ich hier aufmachen. Was haben wir hier? Heu. Alter, was für ein Mini-Heu, Junge. Alles klar. So, was haben wir denn noch am Start? Die Boys. Hier liegt ein Hut. Schöner Brandy. Da unten ist noch eine Kiste. Oh, guck mal. Hier sind so Zigaretten mit Sammelkarten, oder? Ach, komm schon. Kann ich nicht nehmen. Was ist das denn? Premium-Zigaretten. Okay, muss ich die erst rauchen oder so? Sekunde. Äh, Premium-Zigaretten. Cracker, Süßigkeiten, Zigaretten. Wieso kann ich denn keine Premium-Zigaretten aufnehmen? Ah, lol. Kriege ich dafür jetzt so eine Karte von den Dingern? Premium-Zigaretten. Ich nehme das einfach mal gerade. Ah, guck, da kriegt man echt so ein Zigaretten-Bild von. Und das hier unten drunter kann ich wohl nicht, oder das muss ich von der anderen Seite looten. Okay, das heißt, ich muss echt die ganzen Zigaretten einfach aufrauchen, um... So, was haben wir hier noch? Kokain-Kaugummi. Hier nichts mehr. Da ist noch so eine... Ah, hier sind auch noch... Komm schon, nimm das mit. Okay, ich kann das nicht mehr mitnehmen. So, wir hier unten. Mais. Apfel. Kann ich hier die Kiste nicht aufmachen? Doch, hier. So. Und nichts drinne. Doch, da. Okay. Äh, dann würde ich sagen... Rauchen wir nochmal die restlichen Premium-Zigaretten, oder? Zumindest zwei, dass wir ein bisschen Platz haben dafür wieder. So, Pferdchen. So, und dann gehen wir mal zum Postamt und schicken der Alten die Koordinaten für... Für die, äh, Dinosaurier-Knochen. So. Oh, Heavens. Oh, Heavens. Post verschicken. Gut, Lux. Und wen soll ich denen dann schicken? Knochenkoordinaten. Hier. Danke. Gutes Pferdchen. So. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Hoffe, ihr hattet einen schönen Tag und eine schöne Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bedanke michguish. Wie geht's. Ich bedanke mich für das, was ich ver relevant oluyor.